Habe ich schon längst an mein Video. Ich wollte halt nur nicht rein quatschen. Aber ich habe dafür ein richtig, ich habe dafür ein richtig nices GIF. Äh, nicht GIF, sondern ein richtig nices Bild für, dass das Game sehr gut beschreibt. War ähm... Ja doch, ne alles gut. Das Problem ist halt jetzt, first picken wir trotzdem Thresh. Ne, Chugard, wenn offen ist. Ah ja, aber die werden ja Chugard bangen. Haben sie eben nicht gemacht. Doch, haben sie. Äh, first pick. Ja, also. Ähm... Was machen wir jetzt mit Witz, Greg? Wir picken aber Tristano. Oh lord. Aber die haben Tristano gefahren das letzte Mal. Chugard ist offen. Kann ich im ehrlich zu sein verstehen, dass... Ja, wein. Ich bin halt da auch top zu unskilled. Ich kann da wirklich... Chugard auch so, easy. Zack. Zack thrashed wahrscheinlich. Äh, dann sehe ich dich eigentlich auf Kragas, muss ich sagen, Max. Ja. 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 Da sehe ich dich. Äh, dann werden wir hier auch noch Trash bekommen, ne? Alter. Dann gehen die halt Blitzkrank... Dann haben wir die Frontline, Alter. Aber das Problem ist, dann können wir ja Tristana nicht picken, ne? Ei. Kein Blitzkrank. Wir haben ja auch kein Blitzkrank jetzt. Das heißt, wir müssen auch kein Tristana picken. Ja, wäre ja trotzdem cool, wenn wir jetzt die Botline picken könnten. Ach ne, wir können Kragas zum Support picken. Ja, ich kann auch Jungler picken. Kragas und... Wollen wir hier selber Blitzkrank gehen? Oder wie... Ist Kragas so safe? Also... Das ist gut halt gegen Sek. Jedes Mal, wenn er reinjumpft, musst du halt Bodyslam gegen ihn. Ja. Boah, vorhin gegen Sek ist halt gut. Da braucht man halt richtig dick Ver-Damage jetzt. Dann, ne? In der Backline. Also... Aber willst ihr nicht vielleicht Blitzkrank? Nicht gegen Sek. Ne? Rakan? Aber gib mir Rakan. Alter, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich Rakan gekauft hab. Aber okay. Ähm... Magst die... Ah, okay. Nevermind. Also die... Eigentlich fast alle... Spielen Kragas mit Cinderhack mittlerweile. Ich weiß nicht wie... Echt? Du darfst bis zu switchen jetzt. Aber ich hab grad geguckt, aber... Zu langs gebraucht wurde. Aber Qs zu... Also es gibt hier so ein, zwei, die tatsächlich blau spielen. Ne, einen gibt's. Okay. Okay, die... Es gibt wirklich mal einen. Okay, dann... Da noch einer. Haru. Den kenn ich aber auch nicht. Wollen wir mal Bannen? Was könnt ihr euch ficken, Frau Botlin? Weil ich ja hier die Karriere... Ich brauch noch mal ne Erklärung, wer jetzt First Pick hat. Die, ne? Und dann... Was sind wir? Blue Side? Der, der zuletzt Bannen hat nicht First Pick. Also ich würd jetzt eigentlich ganz gerne Uri bannen, muss ich sagen. Was hast du als erstes? Ja, die picken jetzt erst. Ich würd ganz gern Uri bannen. Okay. Hm. Hä? Cinderhalk? Warte mal. Ja. Ne, was meintest du jetzt? Ja, dass die statt deinem blauen Jungle... Also statt den AP Jungle Item... Ja, okay. Bauen die das... Achso, ja, ich meinte blau-grün, weil Cinderhalk grün ist. Aber spiel ich... Spiel ich Colossus oder Stoneborn? Was... Was... Okay. Irgendwas wollen die picken, was... Denk mal nach. Tristana und Xayah gebannt. Die... Die wollen ja immer die ganzen sicheren ADCs rausbannen und hoffen, dass sie mich wieder... Wollen wir... Wollen wir nicht Janebarn... Äh... Aber das... Das ist gerade ausgerechnet ein Game, wo der das AP Jungle Item baut. Also... Fuck me. Wollen wir grad sagen, hä? Wieder von Lucien. Ne, aber... Okay. Das kann auch mit Lame Lucien sein, hä? Gehe ich nicht von aus. Der Galio wird wieder Tops gehen, glaub ich. So viel wird Top Lame... Ich glaub mit Lame picken die gleiche als mich. Kannst du jetzt picken, oder? Dann hab ich nochmal 3 Sekunden. Ja. Sag ich was. Tatlin, Ash... Lister... Ristana... Ristanas Band. Ristanas Band. Guck mal. Keine Ahnung. Twitch. Jiga, guck mal. Uiuiuiui, der war auch close to. Ah, jetzt wär natürlich die Obi im Nachhinein dann doch so ein Tor gewesen. Das war jetzt leider nicht aufzusehen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Die ist halt cool, aber wenn wir behind fahren, hab ich halt Probleme. Äh... Seit... Seit... Was ist, wenn du Syndra spielst? Ja, gib mir mal. Gib mir mal Kasadin, actually. Oder Syndra. Ist auch geil. Naja, Kasadin. Ja, aber gegen Lucien. Syndra ist komplett auto-lust gegen Galio. Gib mir Kasadin. Okay. Kutschig. Achso, was ist ja Kutschig schon. Fuck, 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 fuck. Ich hab nicht gewusst, ich picke. Können wir noch mal rausgehen? What? Ich hab mich gewusst. Ja, Kutschig, dann geh du raus, weil du bist der letzte, der da noch joint. Kann ich mich einladen? Oder muss ich den, vielleicht den Code noch mal benutzen? Ich hab den Code noch mal benutzen, glaube ich. Ich hab meinen Tweet an jetzt. Power Tweet. Johnny hat ein Ohr. Alter, ich hab alle Chimps, Mann. Hast du jetzt Kasadin? Ja. Ja. Kevin Bun. Ja. Von, äh, was Lustig. Alright, Kasadin haben wir jetzt. Das, das war ein bisschen spontan, aber das kriegen wir schon hin. Ja, unser Mitgeben ist halt nicht komplett cancer, aber ich hab zu viel mit Kasadin gekauft. Ich könnte unsere Comp-Bite irgendwie ein bisschen runter und drüber. Ich hab mich was, der pickt. Vielleicht pick der wieder eine Sinter rein, aber das ist nicht so wild. Eigentlich ist es auf nichts auf dieser Welt gegen Kasadin wirklich wild. Ah, außer mit den Lucien. Hm, das wär natürlich jetzt echt unglücklich, Alter. Das wär echt bitter, ne? Ich hab jetzt gar nicht dran gedacht. Ach, das wird schon gut gehen. So viele ADCs sind ja nicht mehr offen. Erstmal gucken, was Faker baut. Also guck mal und sieht's gegen Lucien auch nicht, war schon mal nicht verkehrt. Erstmal gucken, was Faker baut. Wer braucht wirklich der Firetouch, Alter. Das ist für mich einfach immer noch nicht verständlich. Es waren viele gute Spieler zur Zeit. Wer macht das? Faker. Was denn? Der Firetouch auf Kasadin. Ja, wegen dem Q-Poke, oder? Talia haben sie gepickt. Lucien ist Botlane. Alter, so, da stell ich schon mal auf Botlane Dives ein. Was hab ich nochmal gebannt? Da hab ich ja den besten Champion, um zu überleben. Egal, Leotalia. Passiv kann ich wenigstens nutzen. Ne, was, hab ich jetzt gebannt. Guck mal, ich hab... Egal, oder? Äh, Orianna und... Jin, glaub ich. Ja. Voll egal, band irgendwas. Ey! Der Firetouch. Der Fretcher ist nice. Was würd's denn sonst gehen? Thunderlords geh ich, ne? Äh, ne, ne. Gehen aber, geht aber... Yooktuck und so gehen, das auch. Es geht echt viel. Yooktuck, bitte! Ja, in 2K17. Alter! Allein schon, wo du den Namen gesagt hast, muss ich fast kotzen. Boah, Alter! Hab ich mich fast umgebracht. Ja, gut, Jungs, ne? Hast du kein super Team mit Yooktack? He! Ich hab keiner. Ola! Ja, so, Alter. Ist so ein Mysterium für mich, eh. Alter! Wie funktioniert da eure Botlane? Nee, ich geb's da anders aus. Ich bin da nicht kompetent. Ich bin da am Zauber und sterben. Ja, vor allem... Ja, vor allem... Ja, vor allem... ... gegen Thalia. So viel besser. Death Firetouch. Der Deck hat halt sustain. Das ist aber echt nicht viel Charme, was da kommt, ne? Aber Phanono prockt ja wirklich nur, wenn du... ... Auto E triffst, ne? Ja, ja. Also auf der Lane prockst du's nicht. Aber dafür bist du halt später cooler. Ja, ja. Weißt du... So, Leute, wir ficken die jetzt einfach. Was? Also wie sieht's aus der Link technisch? Ja, Early Game ist Komplett Cancer. Aber das ist gut. Das ist gut, weil Zac auch Botlane campen wird. Wir werden eben unter dem Torch... Touretto chillen. Ja. Ich kann ja auch Botlane spielen, wenn ihr wollt. Dann hol ich euch die Krabbe. Guckt, dass ich im Vault hinstell. Ganz kurz, kurz stelle ich das Skin. Äh... Ich hab keinen Reintro angepackt. Welche Farbe ist das? Rot... Grün... Äh... Rot, Grün, Gelb. Ich glaub, ich hab mich eben zu sehr auf Top fokussiert. Also so ein Killern, Kevin ist nice. Aber dann rollt er halt von der Lane über den Jungen drüber. Ja, wie gesagt. Botlane haben... Das hab ich gerade komplett alleine verloren. Das Spiel. Das Problem ist quasi, dass die einfach... Das, was die... Was ihr unten wart haben, haben die halt unten gemacht. Das... Das war halt... Ja. Wir haben noch mehr Fehler gemacht. Ja, ja. Ich wollt grad sagen. Also, ihr habt halt 2v2 verloren. Ja, was... Ja, ja. Einmal, ja. Das Problem ist halt, dass wenn du das Botlane machst, was ihr Toplane macht, dann kriegen die halt viel schneller einen Turm als ihr. Weil jetzt 3 Leute sind, die den Turm pushen. Also, die Frage ist für mich viel eher, was machen wir jetzt? Also, ab Level 6 können wir Botlane auf jeden Fall richtig gut ganken. Vor Level 6 wird halt schwer. Ja, aber wenn ihr die ganze Zeit gefristet werdet, bevor ihr Level 6... Ja, aber wir werden gefristet im Sinne von, dass wir reingepusht werden. Also, ich kann den Turm komplett schillig farmen. Du kannst halt echt konzentrieren. Erstmal vielleicht sogar Mitte. Ein bisschen was ziehen. Vor allem, weil... Das Heal ist. Aber ich kann... Also, ich kann halt super safe spielen. Also, ich... Ja, aber wir brauchen... Okay. Ihr müsst überlegen, was ist unsere Wind Condition. Wind Condition ist, das Cock mal später schreddet und du super stark bist, dass du rumjumpen kannst und die töten kannst. Nicht ich. Oder nicht Kragas, sondern ihr seid es. Ja, ja, klar. Und deswegen muss irgendwo ein Gang in der Mitte, Flash gezogen werden, dass die Pressure halt ein bisschen released wird von euch. Versteht ihr? Ja, ich weiß, was du meinst. Das heißt, auf jeden Fall Gangs fokussiert um Mitte und Bottom. Ja. Auch wenn es nur ein Flash ist, auch wenn einfach nur, dass er da war, hilft schon. Ja. Passt auf, ne? Junge, steh ich ja mein... Wenn... 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 Die können die machen, ja, aber... Also das Ding ist halt, mit Tania willst du halt pushen und eine gepushte Lane gebietet dir halt selten Setup. Oh, weiß ich nicht, ja. Ja, lauf einfach raus. Also wenn du willst, kannst du hier actually starten. Ja, da sind noch nur vier rausgekommen, oder? Ich glaub, die wollen... Ja, egal, die waren irgendwo hier. Kannst du hier mal checken. Oh, das wär ja richtig nice. Ist ja vor der Welt daneben gewesen. Also ich... Also ich glaub, dass der da ist wie drinnen war, aber hey. Du startest nicht Raptor? Ich starte Blue Jungle halt... Bis Level 3 und... Wenn sich Mitte was anbietet, oder Bot... Oder Krabbe, genau. Ich weiß nicht, hat... Ja, Rakan hat halt einen... Ganz guten Engage, ne? Ja. Ja, ihr müsst halt gucken, Botlane. Wenn die euch reinpushen, so, dann... Kann ich die halt gangen, so. Könnt natürlich ja erstmal gucken, was der Zegma... Ein bisschen spekulierend. Aber bisher hat deren Jungle halt auch nicht so überzeugt, ne? Das ist schon... Im letzten Game hat er Botlane halt ein bisschen... Die haben... Die sind aus deinem Jungle gekommen. Die sind aus deinem Jungle gekommen. Ich weiß nicht, ob die gechappt haben. Die wollten das hier nerven. Ja. Oder die... Oder die haben gechappt, das weiß ich nicht. Ah... Tadir Warded Topside. Da kamen sie zufrieden und geholfen waren eigentlich. Ja, aber kein... Durant Chill, ne? Vielleicht können wir gar nicht traden. Eigentlich. Wir klären immer noch nicht. Er hat irgendwo ziemlich die Benight Jungle geworden. Alter, warum ist denn der Kassadin Skin so fucking laut, Alter? Du musst gleich den Loy Sound leiser machen. Hier, der Q ist einfach ein Erdbeben. Vorsicht, Geldzeit. Vorsicht. Alter, was... Okay, Tadir pusht mich halt rein. Also das ist jetzt nicht so... Äh, nach Rettkampf kann nicht kommen. Nice. Ich fache hier so ein... Dass die Wave Kacke für sie steht. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wave Manipulation. So ein Mini. Das ist hier kein Freeze. Achso, ich weiß, was du meinst. Sie ist eine Minion abwalt. Kann auch sein, dass sie mich hart fokussen, aber dann ist das nicht so schlimm. Okay, ich könnte jetzt mitgekommen. Ja, mach ruhig vom Botzer dabei, ne? Ja, ja, klar. Kannst von ganz hinten kommen? Ja. Sie geht raus, sie geht raus. Bist du da gesehen? Wirst du gesehen? Okay. Ich mach mal Krabbe. Okay, ja. Also die hat da irgendwo gewonnen. Das ist sehr tier geworden. Das ist sehr tier geworden. Also wenn du ganz außen rum kommst und die Krabbe jetzt nicht Richtung der Busch ziehst. Ja, ja, ja. Ich weiß. Okay. Okay, dann komm ich jetzt außen rum. Haben wir 6 schon gespottet irgendwo? Nein. Kann ich bei der Wave kommen? Jetzt pushen, ne? Ja, die nächste Wave kommt jetzt und dann kannst du. Also jetzt quasi. Sie wagt sich halt nicht so vor. Ja, probier einfach was. Dann war... Ah, okay. Ich glaub die weiß, dass du da bist. Ja. Ich kann Botlane kommen. Geht? Okay. Auf wen gehen wir? Okay, dann go. Oh, da ist der Jungler. Wollen wir drauf? Ja. Auf Thresh weiterhin, ja? Nee. Komm raus, komm raus, komm raus. Yo. Ja, okay. Ich komm raus. Oder? Ja, wenn er hockt, muss ich halt. Passt gut. Passt gut. Passt gut. Äh, die wollen immer noch. Wahle. Na, das ist weg. Alright. Top ist ultra low. Ich geh mit der Base hier mal einen Katalysator ab. Ich geh mit der Base hier mal einen Katalysator ab. Lane läuft gut. Also, so gut wie der Kasadin lane hat läuft, ne? Also gut. Für die Zeit. Kasadin lane ist mittlerweile gar nicht mal so bad. Nö, nö. Du lanes war das auch so. Du bist halt nie CS behind, aber auch nie ahead. Ist halt der Typ alles bad. Ja. Oder ab. Heißt, dass du ja reingepusht würdest? Das war eigentlich ganz okay. Ja, ja. Das können wir ausnutzen. Geht top lane was, Kevin? Ja. Würde gehen. Der hat hier gewarded. Okay, ja. Dann komm ich hier über die Pflanze. Ah, Taliyah hat nach der nächsten Wave Level 6. Das ist dann aber. Aber ich hab Teleport abbehalten. Also ich kann dann theoretisch folgen, wenn es irgendetwas drin ist. Jetzt? Nö, nö. 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 Ich kann in Mitte kommen, Johnny. Alles gut. Also ja, aber die Skad nach Bot-Zeit weggelaufen. Ich hab da einen Pink-Bot für dich gestellt. Vielleicht kannst du mit dir hin. Taliah kommt Bot vielleicht. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Nö. Nö, nö. 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 Dann geh ich hier jetzt rein, Johnny. Ja, mach das. Nö, nö. Die wissen, dass ihr Base geht. Ja, ja. Das ist sehr wahrscheinlich sogar. Ja. Aber dann kriegen wir Top-Zeit ein bisschen was. Vielleicht können wir Top-Line sogar noch mal einen Gag. Die werden die Wave nicht wegzellig gespielen. Jetzt könnte der Zag mit Trash dran. Also das dauert ewig. Trash und Zag sind beide Missiles. Pass mit auf. Ich geh mal eben Warden, ob die im Break sind. Dusche ist auch hochgemoved. Ja, die sind dann Dag, denk ich. Hier ist ein Pink. Ich glaube auch. Wir sind dran. Aber gerade erst angefangen, 4K. Das dauert noch ein bisschen. Wie können wir den machen? Oh, er hat reingebordet. Ah ja. Bei dir ist Low. Wir haben einen Mittelraum nach dem Drake. Pass auf. Oh, ich bin zu ehrlich. Ich hab den Pink von hier gecleared. Ich kann die Mid-Line schon fighten. Also ich bin echt... Oh, Zag ist bei mir. Oh, Zag ist bei mir. Ja. Ich könnte für seinen Red gehen. Ich tecke bei der Gatecard für deinen Raptor. Aber ich kann den dabei halt leider überhaupt nicht planen. Ja, deswegen... Ja, mach dat, mach dat. Aber wenn Kevin jetzt backgeht, kann ich's nicht machen. Ja, ich geh gleich back. Oh, so. Jetzt noch nicht, aber... Was willst du denn machen? Red. Red war von Bay. Weil Zag war gerade reinjumpt, oder? Ja, Taliyah guckt nach ner UID-Möglichkeit. Ja, die wollen uns nicht bleiben, glaub ich. Naja, die wollen dort jemanden wahrscheinlich. Also ich hab nen Teleport ab. Können wir das spielen? Flash ready hier. Hat Kevin TP? Das wird schwierig, dass wir... Kevin hast du TP? Ja, das ist wieder da. Okay, ich hab den Red. Oh, nice. Können wir den Tower pushen? Ey, ich kann mitte kommen, Johnny. Ja, ja. Okay, dann geh ich. Jetzt geh hier. Jetzt geh hier, jetzt geh hier. Alles gut. Ich geh einfach für die Raptoren hier. Ich will wahrscheinlich deinen Red nehmen dann gleich mal. Also ich bin mit Leiden echt deutlich stärker. Trash is Mist, wenn der zu dir kommt. Ich kann sie rauskicken. Was auch, Trash is Mist. Und Botzeit ist auch noch der Zag irgendwo. Trash is Mist, leider. Ich hab seinen kompletten Top-Tower, äh, Jungle-Ride. Aber er hat deinen genommen. Ja, ja, ja. Sagt mir, wenn die wieder da sind. Die sind wieder da. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist so... Okay. Geh ich da jetzt vorden? Ach, ich bin bestimmt da. Okay, ich täusch dreimal an. Alles klar, nichts passiert. Ich täusch nochmal an und dann hopp. Das sind halt so richtig kleine Fick-Cheezer. Der Blue-Buff? Ja, Schola, Schola. Irgendwelche random Scheiß ausminken. Was mit dem Blue-Buff, Johnny? Äh, ich hab mittlerweile ziemlich hart rangenommen, Alter. Oh, ja. Äh, da kommt noch... Oh, lol, Galio. Alter, hatten die ein viel Problem? Boah, ich hätte eine schöne saftige Ult. Und einen Red-Buff. Ich move auch. Ja, ja, dann lass das machen. Hier ist der King. Also, ich weiß gar nicht genau, was ich alles bekommen habe. Zack auf jeden Fall keine Ult, Galio keine Ult. Wollen wir auf den drauf? Die wissen, dass ich hier bin. Warte, er kommt. Hier lang? Okay, er geht in seinen Top. Ja, ich denk mal, dass die Tadia Base ist. Ja, willst du jetzt den Blue-Buff? Äh, jo, ich push die Wave kurz. Dann komm ich. Boah, er hat mich hier aufgedeckt. Boah, jetzt sollte ja kein Problem sein, oder? Ich weiß halt nur, dass ich hier bin. Da war Zack, Kevin. Jo. Ich komm jetzt. Lass mich töten, kann doch nicht sein. Alter, Schwede, ey. Da hab ich mich aber jetzt echt erschrocken. Hi. Ich sollte nochmal decken nach der Wave. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich kriege uns nicht. Deck dann, dass die ziemlich viel Magic damit haben. Also, MR ist auf jeden Fall hier euer Freund. Ja. Hol ich mir direkt Sinderhack oder Schuhe? Boah, Tadia könnte ziehen. Bot-Lane. Ja, aber hol die jetzt. Tadia guckt auch Richtung Bot-Lane. Ja, hab ich auch, hab ich auch. Tadia ist immer noch Richtung Bot. Achso, kommt, achso. Hattest du ganz ein kompletter Sinderhack haben können? Ja. Ah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich freue mich. Ich habe jetzt kein Flash mehr. Kann sein, ob die Midlane ein bisschen Bock haben jetzt auf mich. Ich habe jetzt aber auch Bock auf Midlane. Ja, aber da habe ich auch Bock zu mir sagen. Er hat da gerade gewordet, ne? Ich kann da einen Pink reinstellen gleich. Okay. Dann mache ich das mal. Oh. Komm her, ich komm her, ich komm her. Flash ist Mist. Der Räumann weiß. Trash und Zeg kommt zu euch. Ah, okay. Ist Zeg safe? Okay, wir gehen Bot, wir gehen Bot. Wir nehmen hier die Knallflanzer. Ich die B hinten, ich die B hinten, ich die B hinten. Auf die Lucien, auf die Lucien, auf die Lucien, auf die Lucien. Wir gehen für Talia, Max. Ja. Auf die Lucien. Ich lass ihn den Kill. Oh, na mein. Ich habe die. Hier, Zeg. Ich hör mal mal Slow. Ja, nixer, ey. Flash, Flash noch raus und dafür du den Kill, damit bin ich einfach stand. Jo, nehm ich auch. Okay, Leute, was machen wir jetzt? Bottom und Johnny geht back. Ja, ja, ich komm mit. Alter, die diven die in den Rakan, dumme Köpfe. Alter, was soll das jetzt? Wir waren auch hero-ready. Weil nicht mal flashen müssen. Immer auf die arme Bot-Lane, aber diesmal. Vor allem, sie hat du gesehen das, wie ich sie vorhin sah. Ich habe jetzt einfach den Schlüssel gefunden zu unserem Laner-Volk. Wir picken einfach Sachen, die nicht gedeift werden können. Hoffen wir es, wie beschwärzt du das. Ja. Wird schon sechse immer noch gut gewesen, aber sind jetzt miss. Oh Gott. Da sehe ich dich ab. Okay, ich wog mir jetzt direkt. Push dir noch rein. Lass mich, lass mich noch rein. Okay, weiss. Oh Gott, ist das eine anstrengende Chance. Okay, ich spiele jetzt noch einen Top-Lane wieder, ne? Ja. Ich mache Wölfe, dann kann ich Top kommen. Ich habe schon noch keine Schuhe. Also der Duschen ist halt, I don't know, der spielt halt super. Er sagt, das ist der Spiel Scheiße. Mittler Miss. Ja, jetzt gehen wir durch. Das läuft nur Scheiße. Das ist schon. Aber das eine schließt das andere an. Ich auch. Okay, die sind schon Top, Leute. Okay. Wir können nämlich wieder Ulti. Wir können theoretisch auch. Was haben die da unten? Benutzer der Lucien geflasht? Ja. Okay, dann können wir den eigentlich gekillen mit meiner Ulti. Ich glaube, wir können jetzt, wenn du endgleichst, gewinnen wir. Hier ist aber noch der Jungler. Der war kein Exhaust. Ah, okay. Max, hast du noch einen Ward-Up? Ja. Hier wäre super wichtig. Mein Schaden ist halt schon ziemlich hoch. Aber Thaddea kann halt vor mir Moven und dann wissen wir, ob die kommt oder nicht. Er ist gewardet. Ja. Ich kann da pinken. Okay, Thaddea ist jetzt gerade Mist. Okay, Jungs. Kann ich Gromp machen? Oder wollen wir den direkt püsten? Der kommt da rein. Komm, 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 komm. Ich komme auch Top. Ich gehe rauf, ich gehe rauf. Auf Duschen. Aha, Opfer! Nimm Trash, nimm Trash. Ich cancel dich, ich cancel dich. Ich cancel dich, ich cancel dich. Warte, ich krieg den, ich krieg den. Nimm was ihr kriegt, was ihr kriegt, was ihr kriegt, was ihr kriegt, was ihr kriegt. Fuck. Kite zurück, kite zurück. Ich komme raus, ich komme raus. Taliya kommt jetzt. Taliya kommt jetzt. Get rekt. Oh mein Gott. Taliya ist jetzt da, ne? Taliya ist da. Ja, wir sind safe, wir sind safe. Okay. Kann sein, dass der Sek nochmal kommt. Sek hat Taliya kommt. Das war, das war okay. Ja, das war okay. Sek hat den Kill bekommen. Alter. Der kann auch noch ein Flash, glaube ich, oder? Was ist mit Wids End, oder? Ja, das kaufe ich mir auf jeden Fall. Ich gehe, ich gehe Blade Wids End und gehen so aus hier. Ey, ich gehe jetzt von Bot Side zu Top. Äh, Drake wäre ab. оре外 sehen. Ähm. Push-out rein, τaliya. Taliya. Taliya… Taliya… Taliya, ne, für den Top. Du bist doch der Wolf quasi raus, Taliya kommt. Jo. Poss purposes Institut, weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht. Ob es hier nicht aber SYST geht. Nom 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 nom. Gilles schön einen Ausblick machen. Ja даже nicht Mitte. er war da okay ich komme jetzt wieder hoch bluboff ist gleich ab ich habe die pp-adventischen 30 sekunden hier der waldbereich ist überwichtig wir wollen den blue machen oder ich hab die ab weil wir können wieder 24 ich möchte einen besseren wort du kannst dir jetzt durch die lenker und dann machen wir mal einen geld du musst jetzt nichts machen wir müssen alle miss gerade müssen wenn wir das machen müssen wir auf trash engage ich engage und du verlassen mit der ult zurück hier mit leines miss alles dangerous bei der von blue max k push erst raus miss gerade galio trash move mitte Ja, die hätten hier grad einen Pinkbot nicht weggekehrt, ich bin irgendwie geworden. Ne, kann ich auch. Zack ist hier. Ja, die wissen, dass man hier sitzt. Ja, die werden alle da. Na, Taddea ist Mist, aber ich glaub nichts ist hier hochgekehrt. Du hast die P-Up, Bro. Einmal mittelbleiben, pushen und dann easy. Ja, ja. Ich glaub, dass wir hier keinen Veli daran erinnert mich das. Haben wir von euch geguckt? Was für ein Ding geguckt? Können die da lang? Ja, ne? Ja, ja, ja. Mein Board gibt da keine Vision ab. Ja, ich mach kurz Wölfe. Ja, ja, ja. Ich könnte auch zu Blue gehen. Ey, Quatsch. Zu Wraith. Aber ich glaub, es ist zu risky für euch. Ja, glaub ich auch. Ja, die investieren sehr, sehr viel Vision Wars hier rein. Also die wollen auf jeden Fall irgendwas machen. Das ist der dritte Pinkbot. Ah. Das ist deswegen. Ich komm jetzt auf die Lane, ja? Können wir hier oben rein? Talia kann ein Bot sein, Kevin. Der hat ein Pinkbot gestellt. Ah, ist okay. Ne, 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 ne. Ist wieder da. Zack kommt zu mir. Zack ist jetzt bei mir. Ich bin safe. Okay, warte. Wie lange ist das E? Zehn. Aber ich... Das reicht so. Trash, Trash, Trash. Oh, das war wunderschön. Nice. Nice, nice. Zack kommt von hier. Hätte ein bisschen besser spielen müssen ja Trash. Ich fand's geil, dass Max noch mit der E reinlässt. War genau das, was ich wollte, ey. Wusste genau was, sonst hätte er die gesehen. Ja, ohne Witz. Ich glaube, sonst hätte er mich echt gesehen. Ja, nein, hätte er wirklich. Okay, jetzt müssen wir mal aufpassen. Aber trotzdem miss. Zack ist miss. Ja, wir können jetzt die Vision aufbauen. Ich hab einen Pink. Oh, da ist Zack. Äh, Thalia ist miss. 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 Aber Thalia ist miss. Ne, Thalia ist ne. Bench ist, Alter. Ich geh für die Krabbe, Jungs. Falls sie ab ist. Kann man... Hast du so viel Pressure, dass wir gleich vom Blumen herfen können? Jajaja. Full Tracht. Ich kann auch jetzt mal Mitte gangen. Ich bin full Stacks schon. Lushen ist miss. Lushen und Zack beide miss. Die hat halt... Wir haben halt kein Damage so. Die hat ultra viele mehr. Ja, Zack ist ja. Thalia ist miss. Kommen wir... Kommen wir hier ein bisschen... Hier ist Thalia, hier ist Thalia. Bei mir war grad Thalia. Ich komm schon gut. Okay, dann passt auf. Dann geh ich direkt West, oder? Ich komm mit dir, ich komm mit dir. Klar, die Thalia ist halt nicht so wie der Raser, ne? Gibst du den Namen, oder was? Ich hab ziemlich viel Cash und ziemlich wenig Mana gerade. Bei Zack ist Carl Effect. Lass, lass das. Okay, dann. Okay. Was will der hier? Vergiss nicht. Dann denk ich auch kurz back. Ja, ich hab viel Gold. Dann das Resetten. Oh. Also ihr da oben. Ich geh auch weg. Verliehen wir den Turret? Verliehen wir den Turret? Toplay? Ja. Okay, ich hab 20 Sekunden Flash ulti. Ich brauchst mehr Reihdeutsch. Ich hab auch wieder 6 Sekunden ulti. Wir können das darum weitermachen, denk ich. Wir haben einen Top den Harald, der einfach den will ich. Ja. Ja gut, aber... Vier Top, vier Top, vier Top. Oh, ich bin aber in der Nähe quasi. Könnt'n's probieren. Aber Thalia ist halt auch hier. Einer weniger. Aber ich hab grad... Bleib mal hier. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Ich mein, wir können's doch mit Lushen machen. Wir Bursten halt. Können wir den Lushen umbursten? Ja. Fuck. Ich geh hinten rein. Ganz weit. Ganz weit. Ganz weit. Komm mal. Äh, Johnny muss... Ah, ne Johnny stimmt. Ich komm, ich komm, ich komm mit Bros. Ich brauch jetzt Hilfe, ne? Sonst... Okay, jajaja. Ich komm auch, aber Thalia ist halt healthy, ja? Auf was? Trash, Trash, Trash! Ich hab Lushen. Trash, 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 Trash. Nice. Seck, 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 Seck. Ja, die Thalia also lebt von hier. Au. Loschen, Lushen, Lushen. Okay, Thalia ist aber doch hier irgendwo. Keine Ahnung mir. Hat richtig Bock auf mich. Seck, Seck, Blob, Seck, Blob. Hier ist auch die Thalia. Hier kommt der Thalia. Könnt'n immer noch. Am Sinds, noch am Sinds. Thalia, Thalia, Thailand sinds. Nice. Galio, Galio, Galio. Schön neue Situationen. Oh man, Alter. was machen wir was ist mit drake er kann der läuft jungs der grager soll die alte fettbackel vamper alter geil aber ich war einfach über 30 sekunden der scheiß talia ich habe richtig viel spaß von euch beim team weiter durch das war der wichtigste teamfight meines lebens ich hab ihm einfach nur deckungen geben dass der fresh nicht mein gott du dummes stück scheiße alter ich die peter rein ich die peter rein ich hab dich mal das ist natürlich alles ich wollte nicht nur scheiße du kessdealer ok fokus weiter die müssen mitte die kriegen bitte könnte er die picken das war belastend guck der auf den tower Ich würde jetzt von bot nach top einmal komplett durchfahren weil ich habe alles ab ich bin richtig gefüttert ja du hast gerade gut abgesehen das läuft man okay ich mach mal genau der gleiche q der die grad zwei leben abzieht würde mich auf hart bringen wahrscheinlich also ich kann bitte kommen ohne hier ist ein pink die sehen ich das hat adaptive hell macht halt übel aus für die zweite box okay warum warum schicken wir jetzt kopf mal seit lane eigentlich das ist die will ich wissen das könnte gut werden das könnte gut werden ich kippen free turret ich hab sie 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 ich kippen free turret wenn ihr disengaged ist alles fein ich komm für lucien wir können ja deswegen geht der kopf mal baut bei du allein gegen vier mal ja kann ich so noch machen glaube ich ja ich mach doch mal gut johnny macht ja das meiste erst das vor muss voll überhaupt nimmt der foto oder jetzt aber wirklich langsam fokus und so der wohl ja 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 wirklich genug ein bisschen gepläßbar zu sagen aber wenn ich du wäre und noch frozen meldet das ding mega Überleg mal, ob ich Ginsus brauche. Ginsus ist halt auch mega nice mit Double On-Hit gegen Double-Tank. Ja, das stimmt schon. Oh, shit. Alter, der Lucian hat Wunans. Aber Maw wäre halt echt nicht so verkehrt, ja. Mayday. Maw wäre ü-ü ist gut. Mayday! Ich glaube, Maw wäre sogar echt gut. Pass auf, gerade mit der. Pass auf, gerade mit der. Ich habe jetzt richtig viel MR. Ich bin jetzt echt richtig krass tanky, man. Same. Aber als nächstes hole ich glaube ich Night's Waw für auch ein bisschen was gegen Lucian und so. Oder, was meint ihr, Deadman? Oder Frozen Heart? Gargoyles vielleicht sogar. Gargoyles, ja. Ja, ist doch gargast auch. Ich hole mir Seke, ja. Oder nee, ich hole mir Waw. Hol ich mir Waw? Oder hol mir Gargoyle Waw? Nee, nee, hol du den Waw und hol ich mir Stormblade. Deck ist hier. Ich habe, äh, Ult Up. Ich bin auch da, ich bin da. Kriegen den, ich kriegen den. Wir rotieren, Bot. Ah, ne, war meins. Ich habe keinen guten TP-Wort gerade außer hier. Jungs, jedes Game guten Farm. Wer ist dieser Bitlaner? Was hast du mit Johnny gemacht? Gib uns Johnny wieder. Ja, ihr habt doch geschrieben, letzte Chance mit Johnny. Johnny 17, 2 gegangen und hat Game verloren. Ach, fand ich. 30 waren weniger und 30 Quilt mehr normalerweise. Ja. Hier ist Zack. Oh, warte mal. Meint ihr nicht, wir können einfach den Knaller zünden? Ja. Hier ist Zack. Wollen wir jetzt rein? Ja, ja, TB. Ich TB. Thank you, Sam. Äh, Streffi. Talia, Talia. Okay. Talia? Talia? Okay. Talia? Talia ist raus aus dem Fall. Zack, 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 Zack. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Kann wir Baron? Ja. Go Nash. Nicht taunen? Okay, ja. Wir turnen, wir turnen, wir turnen. Ich kann das 10.000 Jahre tanken. Hier rein, Maxi, ich vier. Mach die Pflanze, bitte. Lass mich tanken, bitte. Okay. Ja, Space, DoubleTack. Und äh, ja genau, Johnny, Johnny und hier einfach. Johnny zerbüllert einfach. Naja, alles gut. Ich kann das halt forever tanken. Okay, bitte bei... Wir haben krassen Burst, Kevin, ne? Wollen wir beide? Ich hab erst 10 Sekunden. 10 Sekunden erst. Lass noch so lange warten auf jeden Fall. Hab den Zack weggespringen... Ja, lass kurz warten. 5 Sekunden. Der ist hier drin. Der kommt. Wir töten ihn, töten ihn, töten ihn, töten ihn, töten ihn. Ja, der hat keine Vision, ne? Ja, sehr nice. Den Wardcamp? Nee, ist egal. Okay, bist du ready? Smite, Zweirad? Go. Nice. 100. Recoiln und dann Mitte. Noch ein kleines Smite gesehen. Wir haben die Talia. Schön. Alter, Boys! Okay. Holen wir jetzt einfach... Ich hab Night's Raw jetzt. Huch! Ich weiß nicht, wie ich sterben soll. Wir groupen einfach mit Kevin und schicken Johnny nach oben, oder? Ja, ja, ich mach doch wieder mein eigenes Game. Ich spiel... Ich spiel einfach auf Tank so gefühlt. Yo, das ist fucking OP eigentlich gerade. Was macht hier dieses... Ah, jetzt hab ich doch Night's Raw gekauft. Egal, du kannst es... Du kannst es auch auf... Du kannst es auch aufs Showcard machen. Ja, beide nicht mit Solar, sondern du kannst. Ja, aber wir haben schon ein... Ah, okay, dann mach aufs Johnny. Du brauch ein bisschen... Passt auf. Machst du einen auf Johnny. Machst du einen auf Johnny. Steh mal hier hinten, guck mal. Steh mal ganz hinten. Ich geh toplane, schütt mal bis ich Pressure ab. Ich hab kein Flash. Genau, deswegen... Du stehst einfach, wenn wir... Wir können auch jetzt einmal kurz vor den gehen. Ja, befortet doch kurz. Ja, ja, wir müssen ja auch schon... Steh einfach die ganze Zeit irgendwo hier am Arsch der Welt. Also ich hab jetzt... Ich hab für Ultrascading Item gebaut und ich bin... Und ich hab Flash-Ult-Exhort. Lass dir dein Body-Slam, Max, ab. Ja, ja, ich muss dir noch... Ja, genau, genau. Zack ist doch. Okay. Okay, der kommt wieder zu euch. Von hier hinten. Ja, 10 Sekunden. Ich soll es ja auch einen Adaptiv Helm holen, Max. Ja. 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 Wenn wir die... Ich hab ein bisschen. Oh, ich hab zwei. Ich hab zwei. Aber du kommst raus, ne? Ja, ja, klar, ja, ja. Oh, ich hab drei. Die können wir ja nehmen, die können wir nehmen. Lucien ist hinter mir, Lucien ist bei mir, Lucien ist bei mir. Ich komm, ich komm, ich komm zu dir. Lol. Was ist mit dem Galio? Was ist mit dem... Galio? Ja. Opfer. Ich bin im Redemption. Ich tracere. Den hab ich. Meiner. Schade. Geh nehm ich. Ah, schade. Das ist dumm, Alter. Ich kaufe einfach Mercos Schuhe. Und Wit's End. Und bin trotzdem in der Lage, Lucien zu machen. Ja, aber der hat ja auch toll. Ja, lass mal bitte. Ah, schade. Ah, schade. Der hat ja auch zufrieden. Ah, ja, ja. Was ich damit demonstrieren wollte, ist, das kommt man wieder schön. Oh, Sitz! Sitz, Sitz, Sitz! Oh, oh. Schönes Spiel, Harry. Oh, oh. Oh, ich bin da auf. Da ist der Sieg, Jungs. Geiiiil! Na, passt auf, noch. Nicht, dass du jetzt irgendwie catch willst, oder? Oh, schön, dass du mich ansprichst. Na, der heutige Performance kann ich das verstehen. Ja, sicher, 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 aber ganz hinten. Schau, die wollen nochmal, die wollen nochmal eine Runde. Auf, 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 auf. Achtung! Achtung! Eieieiei. Das nennt man also Tank bei euch. Was ist das? Das ist doch so disgusting. Hier, Jack. Jo, ich hab ihn für dich geholt. Gefischt. Das war süß. Ich hab die Zeit hier. Nice. Jolly, ey. Ach, yo! Jolly hab ich von dem Game einfach nichts mitbekommen. Jolly, ey. Wenn ich nicht gerade nochmal für den Baselife gegangen wäre, hätt ich nochmal ein Pay for das rausgekommen. Gib Soda nochmal ein bisschen KDA, sonst den Fitch hat Matt. Alter. Was? Oh, fast. Easy. Geil! Geil! Das war der vierte Chaos Spannow. Ihr könnt beim nächsten Mal mitspielen und Dienstag live einschalten ab 19 Uhr. Auf Twitch.tv slash Summoners in live. Bis im nächsten Mal. Warte, ich will tatsächlich noch mein Damage sehen. Einfach nur reinfliegen, dann gewinne ich auch. Obwohl? Ich weiß es nicht. Alter, wie hab ich denn so viel Damage gemacht? Ich war doch nie da. Alter. Ich sag ja jetzt Ola.